Der droppt ja gar nicht. Die kann man nur tragen irgendwie, ne? Sorry! Sorry! Verdammt! Wer kann denn das wissen, dass das so schnell abgebaut wird? Naja, okay. Ist nicht zu ändern. Wir finden irgendwo anders noch was. Es tut mir einfach sehr leid. Es tut mir da. Wo ist er? Es tut mir da. Oh, noch einer. Oh nein, eine ganze Familie. Hier hat der neuen Baum. So, jetzt schauen wir mal. Ich wusste nicht, dass das so schnell abgebaut geht. Sumti? Bzzz. Oh, richtig schön hier mit der Wiese. Und da hinten das Meer. Also da. Da hinten Schneebium. Bzzz. Ich weiß nicht. Sumti wirklich? Oder bilde ich mich da gerade nur ein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal nach da hinten hin. Schafe. Wir brauchen unbedingt Schere. Weil hier laufen so viele. Oder ich zäune die einfach gleich schon mal so ein bisschen ein. Das, äh. Ja, das mache ich mal zuerst. Ich zäune die mal ein. Ich brauche auf jeden Fall viel, viel mehr essen. Ich mag das immer nicht so langsam so schleichen hier. So, 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 so. So, 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 so. Zuckerrohr können wir auch halt abbauen. Und da kommt auch langsam was. Das ist ja gar nicht so schlecht. Machen wir da hin. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja. machen wir auf jeden fall das erst mal und dann machen wir hier ein paar so immer uns hier ein paar schöne zäunchen hin ja genau so warum ich das buch nicht verwende keine ahnung man denkt man kann es und man kann es letztendlich doch nicht ich glaube so und so man gut dass ich da nicht aufgedrückt habe eine holztür ein eichenholztor ja wunderbar da hätten wir erstmal schön 16 tore so glaube ich sollte es gewesen sein jawohl 48 das reicht glaube ich lange nicht wir schauen erst mal gucken darf ein schaff ich würde ganz gerne da unten 22 schafe würde ich ganz gerne einzonen irgendwie wir haben wir noch kein hallo komm mal hier hoch ich will nicht so blöd einzäunen hier immer hallo ferkel die mal hier runter nicht da darunter genau alt stehen bleiben wenn ich den jetzt haue denn wenn du doch sonst wohin so 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 nein jetzt habe ich nicht gehauen okay denn erstmal eins bleibt da haben die mich ausgelacht das macht doch gar keinen sinn was ich hier mache geht doch mach ich doch am arsch das ist ja nervig weil das hier so uneben ist bei den hier wieder hoch da wieder runter da wieder hoch da wieder runter ja wir brauchen erstmal weizen ist das einfacher denn ist das ein bisschen denn ist das einfach einfacher so hast du oh nein er ist der bienenstock und jetzt das schaf warum stirbt denn das von einmal hauen fleisch weg ja verschwendung das fängt ja richtig gut an vielleicht muss ich was trinken vielleicht läuft es dann sollte ich hier nicht eigentlich auch wieder ein baum her irgendwie sieht das hier so leer aus ist ja auch egal habe das gefühl es wird gleich schon wieder dunkel weil ich ja einfach schon wieder gar nichts mache einfach nur irgendeinen scheiß wieder und tiere umbringe die gar nichts getan haben sorry so das klappt schon mal nicht auf jeden fall brauchen wir eisen um scharf zu scheren und allgemein brauchen wir eisen ich öffne ich gehe mal ganz kurz hier rein und dann öffne ich mir mal ganz kurz mein getränk ich möchte da nicht draus stehen zum getränk öffnen ein kein bier nein immer noch kein bier es ist ein schönes gekühltes malzgetränk der man schluck nehmen ein schönes sehr gekühltes malzgetränk schmeckt gar nicht so schlecht wenn man es länger nicht getrunken hat schön gefällt mir lecker 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 sonst trinke ich eigentlich immer ein getränk ein erfrischungsgetränk mit koffein nicht schwarz und auch nicht gelb sondern ein zwischending ihr wisst genau was ich meine und natürlich auch gerne mal energy so schaufel haben wir noch wir machen mal hier ein ganz kleines bisschen gerade alles so die erde raus viel zu wenig holz haben wir weil wenn ich das so baue genau so genau so soll es sein nicht ungenagst aber wenn ich das natürlich so baue das verbraucht natürlich ordentlich machen gleich zwei das verbraucht natürlich ordentlich holz wenn man das holz so verbaut und nicht anders moment da muss ich gerade mal ganz kurz ein bisschen das muss ja nicht unbedingt das mikrofon sagen wenn es vermeidbar ist so dann machen wir den jetzt dann noch mal weg ein bisschen sneaken hier super super gesneakt warum sagt man sneaken alter warum ich wo habe ich das letzte mal gehört muss man mit den sneaken gehen wer redet denn so so das war erst mal so der muss weg es wird schon wieder dunkel ja es ist jetzt hier noch die 1.16.5 ich dachte eigentlich die 1.17 ist schon draußen aber von meinen Cousinen die Freundin hallo liebe Grüße hat vorhin mal geschaut die kommt erst im Sommer raus es gibt aber wohl schon die entwicklungsversion aber nö ich warte bis die vollversion da ist doch ich glaube das könnte doch ich glaube das könnte gar nicht mal so hübsch werden nein komm doch das geht glaube ich auf der anderen seite dann auch noch ein bisschen was raus hat man da so eine kleine hütte oben drin im bergloch und könnte vielleicht mit einer leiter irgendwie einen kleinen gang machen dass man hier so 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 hoch kommt da und hier machen wir den leiter runter in der mine in so eine kleine mine da so gehen wir mal schlafen kann ich schluck trinken so okay extra haben wir ja noch ein paar weil gleich noch mal ein paar bäumchen holen und ich hoffe essen ist auch bald fertig wir brauchen auf jeden fall noch viel 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 mehr essen oh ich hasse das ich mag das gar nicht monster mag ich gar nicht aber wie sieht denn das aus ich hasse zwei große bäume ja ich hasse irgendwie so vieles ne ok machen wir da oben erstmal weiter ich weiß nicht machen wir ok schauen wir mal man kann sie wieder wegreißen das wird bestimmt auch ganz oft passieren dass ich irgendwas baue oder wie zusammen ihr könnt gerne auch reinschreiben was ich bauen soll wenn ihr sagt du machst da scheiße so wie hier dann könnt ihr das sagen und dann mache ich trotzdem weiter aber wenn ihr wünsche habt natürlich gehe ich auch auf wünsche ein ich baue gerne mal was was ihr euch wünscht wenn ihr sagt baue tankstelle denn frage ich warum nein wenn ihr vorschläge habt macht vorschläge und dann schaue ich mal ob ich das machen kann so und das geht so den haben wir hier den hin und wie viel sind wir hier jetzt rausgegangen vom berg machen wir mal eins zwei zwei raus eins zwei ok dann muss hier noch einer und hier auch noch einer eins zwei so schauen wir uns von unten an ja doch es geht eigentlich ich finde nur die gucken zu weit zu wenig raus hier ich möchte das hier auch nicht weg kloppen ich glaube ich muss da noch ein so 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 eine muss noch raus eine so los ist schon besser wir machen das auch erst mal mit eichenholz auskleiden den boden weil wir ja noch nicht so wirklich viel haben wir verwenden natürlich irgendwann später überall anderes holz noch das soll überall mal ein bisschen was anderes haben dass man überall die materialien mal verwendet hat außer vielleicht die riode ich habe keine ahnung wo braucht man das das gibt es ja auch poliert ne zeige mal ja schön ist was anderes ne ich weiß nicht vielleicht für eine keine ahnung weiß ich nicht das finde ich jetzt total sinnlos da gibt es bestimmt viele viele andere sachen die sinnvoller gewesen wären für äh für ein update aber die riode ich weiß ich könnte ja mal sagen ob ihr damit irgendwie erfahrung gemacht habt dass man damit was geiles bauen kann kann ich mir jetzt nicht so vorstellen ein bisschen noch ja so viele andere sachen ne die mal so viele einfach so viel geworden ich überlege was es früher alles gab erde stein fertig das war's natürlich und die ganzen ärzte und dies und das ne aber nicht so viele verschiedene steinchen hier klarkies und erde auch